Wird das langsam oder wieder schnell gespielt, Herr Ole? Du berichtest, du berichtest. Lass uns vom Mutter sein, wird das langsam oder schnell gespielt? Du hast schnell gespielt. Du hast schnell gespielt, sehr schnell gespielt. Wir probieren mal, wird gleich schneller werden, Herr Ole Ole. Alles klar. Lass uns froh und munter sein. Bam, bam, balala, eins, zwei, drei, vier. Lass uns froh und munter sein. 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 Ansonsten! Ein, zwei, drei, vier. Lass uns froh und munter sein. Schau, mach dein Gefühl! Schuhe! Probier's nochmal! 1, 2, 1, 2, 3, 4! Alles klar! Rettig schön! Bravo!